Wissen Sie, wer Ihr Urgroßvater war? Ich kenne jemanden, der weiß, was sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater gemacht hat. Das ist der Chef des Hauses Dujardin. Dujardin ist die älteste unter den großen deutschen Weinbrennereien. Dujardin Imperial ist ein besonders reicher, alter Weinbrand. Reich in Farbe, Bouquet und Geschmack. Ein Weinbrand für wahre Genießer. Darauf einen Dujardin.